Yeah! Ninja is back! Es geht weiter mit dem nächsten Trick. Dabei benutze ich aber jetzt ein bisschen meine Umgebung. Vielleicht diesen Kasten oder diese Wand. Ich fange bei dieser Wand mal an. Folgender Trick. Ich tanze. Bumm, bumm, bumm. Komm zur Wand. Bumm. Bumm. Okay. Check. Noch mal langsam für euch. Ich setze die Kappe so auf, dass die hier locker ist. Ja, wenn ich hier draufdrücken würde, geht die hoch. Das machst du aber an der Wand. Der Schirm geht gegen die Wand. Bumm. Zack. We catch. Okay? Check it out.